Ein Portfolio in der Theorie aufzubauen ist ziemlich einfach. Es gibt zahlreiche YouTube-Videos und Bücher, die einem den Weg weisen. Doch das Ganze in die Tat umzusetzen und zum ersten Mal sein Geld aktiv in ein Finanzprodukt wie ein ETF zu investieren, ist ein gigantischer Schritt. Deswegen zeige ich dir, wie ich in 2023 mein Geld anlegen würde, wenn ich neu anfangen müsste. Dies bleibt aber kein Was-wäre-wenn-Video, sondern wird mit Echtgeld in die Praxis umgesetzt. Legen wir los! Kurz zum Hintergrund. Den ersten Schritt zu wagen und sein Geld vom Girokonto zu einem Broker zu überweisen und dann in merkwürdig klingende ETFs zu investieren, ist nicht einfach. Aus diesem Grund habe ich eine neue YouTube-Serie geplant, die mit diesem Video beginnt. In den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren werde ich mit dir gemeinsam Portfolios bestehend aus ETFs und Aktien aufbauen und die Entwicklung verfolgen. Währenddessen sprechen wir über Börsen-News, Strategie-Updates und natürlich auch die Performance. Wenn du mich auf dieser Reise begleiten möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gehen wir davon aus, dass du dich bereits über ETFs informiert hast, das grobe Konzept verstehst, das Ziel verfolgst, langfristig Geld anzulegen und dafür regelmäßig einen oder mehrere ETFs besparen möchtest. Stellt sich nun die Frage, wie baust du dein Portfolio auf? Welche Strategie wählst du? Was möchtest du mit deinem Portfolio abbilden? Und wie komplex soll es sein? Reicht ein ETF oder sollten es lieber drei oder mehr sein? Fragen über Fragen, die Neulingen durch den Kopf schwirren. Die einfache Antwort, es gibt leider keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Das Ergebnis hängt von deinen persönlichen Präferenzen ab. Das ist traurig, aber jetzt kommen zwei Punkte dazu. Erstens, wenn du dich von einigen Strategien inspirieren lassen möchtest oder noch nicht weißt, welche ETF-Strategien es überhaupt gibt, dann schau dir gerne meine Videos in meiner Anlagenstrategien-Playlist an. Dort habe ich bereits viele verschiedene Portfolios vorgestellt und auch miteinander verglichen. Also da findest du auf jeden Fall Inspiration. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und zweitens, am Ende kommt es nicht zu sehr darauf an, ob man Welt-ETF-X oder Welt-ETF-Y nimmt, sondern dass man lange dabei bleibt und konstant eine Strategie verfolgt. Für den Anfang würde ich persönlich das Portfolio simpel halten, bevor man sich zu viele Gedanken macht und nie mit dem Investieren beginnt. ETFs dazu kaufen, das Portfolio weiter zu diversifizieren und zu personalisieren geht jederzeit. Auch in drei oder fünf Jahren. Um dir zu zeigen, dass Komplex nicht immer besser ist, zeige ich dir ein Portfolio, das ich vor etwas über einem Jahr erstellt habe. Bei diesem Portfolio habe ich sozusagen einen MSCI ACWI IMI ETF aus sechs einzelnen ETFs nachgebaut, um die Region individuell zu gewichten. Also quasi ein Portfolio aus sechs ETFs, um die gesamte Welt abzudecken. Das Ergebnis nach einem Jahr, eine tolle Performance von über 13%, wie wir hier an dem Wert erkennen können. Aber im direkten Vergleich zu einer ETF-Lösung hat dieses komplexe Portfolio sogar schlechter abgeschnitten. Und das sehen wir hier an diesem Graph. Hier habe ich zum Vergleich einfach mal den Spyder MSCI ACWI IMI ETF eingesetzt, den ich mit diesen sechs ETFs quasi nachbauen wollte. Und ja, das Ergebnis sehen wir hier 13,18% von unserem Portfolio versus 14,73%. Das ist natürlich kein abschließendes Fazit, weil der Betrachtungszeitraum einfach viel zu kurz ist. Aber an dem Beispiel siehst du, dass ein einziger ETF ein sechs ETF-Portfolio locker schlagen kann. Das Problem mit mehreren ETFs ist, je mehr ETFs man besitzt, desto mehr möchte man optimieren, tauschen. Muss ich um die Gewichtung und das Rebalancing Gedanken machen. Möchte man sich als Anfänger damit direkt auseinandersetzen? Naja, die meisten eher nicht. Deswegen mein Reitschlag, beginne mit ein bis drei ETFs und verfolge die Entwicklung für mehrere Monate. Wie gesagt, kannst du anschließend immer noch dein Portfolio erweitern. Für das Video habe ich sechs beliebte Strategien zusammengestellt, die du gerade siehst, die für Anfänger geeignet sind. Eine davon werde ich gleich im Video mit Echtgeld umsetzen. Hast du dich für eine Strategie entschieden, musst du nun die passenden ETFs suchen. Dabei musst du wissen, dass es aktuell über 180 verschiedene MSCI World Varianten gibt. Aber keine Panik. Mit einigen Filtern auf der Website Extra ETF, übrigens meine Lieblingswebsite, um ETFs zu suchen und zu vergleichen, werden aus den 184 ETFs mit wenigen Klicks 21. Das sieht schon deutlich besser aus. Nimmst du hier den ETF mit dem größten Fondsvolumen, das erkennst du hier an dem Volumen, hier sind übrigens 51 Milliarden Euro drin, dann kannst du in der Regel relativ wenig falsch machen. Möchtest du dich mit der Wahl allerdings intensiver beschäftigen, empfehle ich dir einen Blick in meine ETF-Ranking-Playlist. In diesen Videos vergleiche ich alle ETFs eines bestimmten Index miteinander und gehe auf Besonderheiten ein, die du beachten solltest. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung. Gehen wir in diesem Beispiel davon aus, dass wir uns nicht für den iShares Core MSCI World, den größten MSCI World ETF entschieden haben, sondern für den zweitgrößten, den X-Trackers, weil dieser eine geringere TER und eine bessere Tracking-Difference hat, also im Prinzip günstiger ist. Haben wir uns jetzt für einen ETF entschieden, müssen wir uns als nächstes einen Broker suchen. Es gibt ziemlich viele verschiedene Broker, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Einer der wichtigsten Punkte für ETF-Anleger ist die Möglichkeit, ETFs kostenlos zu besparen. Bei welchem Broker deine ausgewählten ETFs als kostenloser Sparplan angeboten werden, findest du auch bei Extra ETF. Dafür klickst du bei dem ETF, den du ausgewählt hast, einfach auf Sparplan und dann werden dir hier die Broker angezeigt und die ETF-Sparplan kosten. Vergleiche dann am besten die Kondition der einzelnen Broker und wähle einen aus. Auch hier ist man nicht an einen Broker gefesselt und kann jederzeit, allerdings mit etwas Aufwand, wechseln. Mein Rat, wähle einen Broker, der günstig, aber gleichzeitig auch modern ist, sonst ärgerst du dich irgendwann. Ich habe mich für diese Serie aus diversen Gründen für Scalable Capital entschieden. Der Broker bietet nämlich einiges an, das die Konkurrenz anders macht. Den Scalable Broker kannst du, wie du hier siehst, in unterschiedlichen Stufen nutzen. Mit einem Prime Plus Abo kannst du hingegen für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzt oft handeln und das eben ohne Ordergebühren. Das ist wie gemacht für diese Serie, in der ich dann öfter in Tranchen in Einzelaktien investieren werde, die nicht mit einem Sparplan bespart werden können. Zusätzlich dazu bekommen wir 2,6% Zinsen auf unser Guthaben bis 100.000 Euro. Das kommt der Serie auch zugute, da ich im nächsten Video einen Betrag einzahlen werde, den wir erst Monat für Monat nutzen werden. Mir persönlich war es auch wichtig, dass der Broker der Serie neben einer guten App auch eine vernünftige Desktop-Version für die Videos bietet. Und das ist ja auch gegeben. Wir werden dann in Zukunft häufig mit der Desktop-Variante arbeiten. Und zu guter Letzt gibt es noch ein besonderes Feature, das ich noch bei keinem anderen Broker gesehen habe. Das finden wir hier unten unter Portfolio-Gruppen. Dadurch kann ich jetzt bei Scalable mehrere Portfolios mit unterschiedlichen Strategien einfach voneinander trennen. Wie das genau aussieht, siehst du dann in den kommenden Videos. Möchtest du Scalable nutzen, mit mir gemeinsam in die Serie starten und mich gleichzeitig unterstützen, kannst du dein Depot gerne über meinen Link eröffnen. Diesen findest du auch in der Beschreibung. Dabei ist es vollkommen egal, ob du die kostenfreie oder die kostenpflichtige Version nutzen wirst. Jetzt schon mal vielen Dank. Wie läuft eigentlich eine Depoteröffnung in der Regel ab? Als erstes klickst du auf den Link, dann wirst du auf die Website oder auf die App weitergeleitet. Dann eröffnest du ein Depot und musst dir erstmal einen Account erstellen via E-Mail und Passwort. Anschließend musst du deine persönlichen Daten eingeben, wie Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Und zum Schluss musst du deine Identität bestätigen via Video-Ident-Verfahren oder Post-Ident. Bist du dann freigeschaltet, kannst du direkt loslegen. Bevor du handeln kannst, benötigst du natürlich Geld bei deinem Broker. Bei Scalable wirst du schon im ersten Schritt aufgefordert, einen Startbetrag auszuwählen, den du überweisen möchtest. Später kannst du entweder einen Dauerauftrag bei deiner Bank einrichten oder eine Einzugsermächtigung erteilen und dann immer individuell auswählen, wie viel Geld du bei Scalable brauchst, wie viel abgebucht werden soll oder du überweist eben manuell. Ist das Geld angekommen, kannst du auch loslegen und ETFs kaufen oder eben einen Sparplan einrichten. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Anfangs habe ich ja mehrere Strategien aus einem bis drei ETFs vorgestellt und ich entscheide mich für den günstiger gewordenen ACWI IMI ETF. Diesen vergleichen wir kurz mit dem FUZI All World, der meine zweite Wahl in Kombi mit einem MSCI World Small Cap gewesen wäre. Dafür gehen wir nochmal zurück auf Extra ETF und hier sehen wir die beiden ETFs und wir schauen uns das Ganze mal von Juli 2012 an. Hier sehen wir, dass sich die ETFs wirklich sehr ähnlich sind und es zwar teilweise kleine Unterschiede gibt, also es gab Phasen, in denen der Spider ACWI IMI besser performt hat, aber so langfristig sehen wir, dass die ETFs nicht weit auseinander gehen. In diesem Zeitabschnitt hat der Spider ACWI etwas besser performt, allerdings sehen wir, dass die Unterschiede wirklich marginal sind. Warum habe ich mich dann für den Spider ETF entschieden? Aus diversen Gründen. Übrigens, dass hier ausschüttend steht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich hätte den Thesaurierenden gewählt, aber der Ausschüttende von Vanguard ist eben länger am Markt, deswegen können wir hier die Performance mit diesem ETF besser vergleichen. Grund, warum ich den Spiral ETF gewählt habe, Nummer 1, die TR ist etwas geringer und die Tracking Difference ist besser. Grund Nummer 2, der Top 10 Anteil ist ein wenig geringer. Hier haben wir 15,95% versus 17,5%. Grund Nummer 3, China ist etwas geringer gewichtet. 2,83% versus 3,22%. Und ja, der Vergleich hinkt natürlich an einer Stelle. Zusätzlich zu dem Fuzi Oil World müsste ich natürlich auch einen MSCI World Small Cap ETF ins Portfolio nehmen, der nochmal eine etwas höhere TR hat. Also würde ich beim Fuzi Oil World Industrie und Schwellenländer mit einem Welt Small Cap ETF kombinieren, also mit einem Industrieländern Small Cap ETF. Beim Spider ETF sind bereits Small Caps enthalten und nicht nur aus den Industrieländern, sondern auch aus den Schwellenländern. Also bin ich mit diesem ETF rein theoretisch, auch wenn es am Ende keinen großen Unterschied macht, besser diversifiziert. Um diesen ETF bei einem Broker zu finden, kann man entweder den Namen eingeben, aber teilweise unterscheiden sich die Namen auch bei den Brokern. Deswegen kann man auf Nummer sicher gehen und entweder die ISIN oder die WKN kopieren. Und das machen wir jetzt auch. Und dann geben wir hier die ISIN ein und finden direkt den passenden ETF. Und diesen ETF könnten wir jetzt direkt kaufen, aber das machen wir jetzt nicht. Stattdessen werden wir ihn monatlich mit 100 Euro besparen und dafür richten wir einen Sparplan ein. Und das sehen wir auch hier. Jetzt einrichten, Sparplan. Und da klicken wir drauf und wählen jetzt, wie gesagt, diese 100 Euro aus. Die habe ich jetzt für diese Serie, für diesen ETF vorgesehen. Und dann gibt es jetzt hier verschiedene Optionen. Nummer eins, Inflationsanpassungen. Das nehmen wir raus. Dadurch wird die Sparrate quasi immer wieder erhöht, um die Inflation auszugleichen. Das ist eigentlich eine coole Option. Ich möchte allerdings die Sparpläne und den Sparbetrag selbst individuell anpassen, weil ich mich in dieser Serie ja sowieso immer mit den ETFs beschäftige, kann ich das selbst machen. Für all diejenigen, die die Inflation mit diesem Feature ausgleichen möchten und sowieso Probleme haben oder es vergessen, die Sparrate selbst zu erhöhen, ist das auf jeden Fall ein cooles Feature. So, dann wollen wir natürlich wählen, wie oft der Sparplan ausgeführt wird. Wir wollen das Ganze monatlich machen. Und dann müssen wir uns noch einen Tag auswählen, an dem der Sparplan ausgeführt wird. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich wähle gerne immer die Mitte des Monats aus und nehme hier den 16. Bei Scalable hat man deutlich mehr Möglichkeiten als bei anderen Brokern. Da kann man entweder nur Anfang oder Mitte des Monats festlegen. Hier haben wir, wie gesagt, sehr viele verschiedene Optionen. Und der Startmonat ist der August. Speichern wir das Ganze. Und ganz unten können wir noch auswählen, ob das Ganze per SEPA-Lastschrift direkt von unserem Konto abgebucht wird. Ich nutze aber viel lieber das Guthaben, weil ich sowieso per Dauerauftrag mir etwas zu Scalable überweise oder in Zukunft für diese Serie direkt einen größeren Betrag überweisen werde. Und so wird man nicht vom Konto abgebucht. Und das Ganze geht eben immer von dem Broker selbst ab. So, zum Schluss klicken wir einfach nur noch auf Sparplan aktivieren. Und das Ganze ist fertig. Fertig. Jetzt steht hier in der Übersicht 100 Euro pro Monat. Wir können das Ganze auch bearbeiten, optimieren oder auch hier unten einfach wieder löschen, falls wir uns anders entschieden haben. Wir bleiben aber dabei. Und damit endet der erste Part und der Start der Serie. In Zukunft werden die Videos natürlich etwas anders aussehen. Und deswegen gibt es jetzt noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Parts der Serie. In den nächsten Folgen werde ich weitere Portfolios aufbauen und dafür Aktien und ETFs nach einer Analyse kaufen. Dazu wird es wöchentlich bzw. monatlich dann Updates und auch immer ein Videothema geben, in dem dann aktuelle Finanznews besprochen werden. Ich freue mich schon sehr auf die Serie und auch über dein Feedback. Falls du Fragen hast, kannst du mir diese jederzeit hier auf YouTube oder auf meinem Discord-Server stellen. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, dir geht es gut und du freust dich auf diese Serie und wir sehen uns dann in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.